Seht ihr das Meer? Das Meer, das so wirklich blau ist und dort einen Abfluss hat? Nein, seht ihr nicht? Dann seht ihr das hier in dieser Folge. Na Spaß! Hallo Tee, hier ist wieder eine PlayerUniversität. In der letzten Folge habe ich ja etwas gefragt, wo wir das Nether Portal hinstellen sollen. Und ihr natürlich, die fleißigen Kommentarschreiber, hat mir natürlich geschrieben, ja er soll draußen stehen. Dann habe ich mir gedacht, jo, da macht man richtig coolen Platz für den. Und ich frage mich eigentlich bisher immer noch, wo ich den machen soll. Aber zuerst gucken wir in unseren Briefkasten, falls da was ist. Ne, da ist nichts. Aha, hier ist auch nichts. Deswegen mal gucken. Wo könnten wir mal, ja, wo könnten wir es hin tun? Ich würde ja, das brennt ja immer noch, Alter. Ähm, ich würde ja sagen, naja, ich weiß eigentlich auch nicht wo, aber wir haben geschrieben, ja draußen. Hab ne Idee. Wir machen den nicht hier. Hopp, 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 hopp. Ähm, muss noch eins glaube ich. So. Und jetzt. Da haben wir das Nether Portal. Cool, cool. Ähm, hoffentlich ist es ein cooler Nether. Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Merkt euch das. Hoffentlich ist es ein cooler Nether. Nicht so mit vollem Gas und so. Merkt euch dies. Okay? Okay? Merkt euch dies. Merkt euch dies. Irgendwann wird dann locker kommen. Guck, Nether Festung. Ih, nicht Spaß. Ähm, also Nether Portal hätten wir. Wir gehen schon noch heute in den Nether. Ja klar. Aber mal gucken. Ja, wir haben hier sogar Ausblick. Das ist schön. Das ist schön. Jawohl. Was wollte ich denn in dieser Folge machen? Genau. Äh. Kein Ernst. Ich wollte eigentlich meine Dermannsspitzenköpfe verzaubern. Haben wir ein Klappslatsmi. Bin mir nicht sicher, aber... Ja, natürlich. Da haben wir ein bisschen Lapis. Am Start. Ähm. Mal gucken, was wir denn auf die so kriegen. Okay. Haltbarkeit, Effizienz. Ich würde erstmal Haltbarkeit machen. Denn Haltbarkeit ist erstmal das Wichtigste für unsere Spitzhacke. Ähm. Sollen wir noch was verzaubern, ist jetzt die Frage. Ah, nee. Egal. Ähm. Was kann man denn eigentlich aus Dias machen? Es gibt so viele Sachen. Ich komme gar nicht mehr mit. Nicht Spaß. Ähm. Ich glaube, wir machen uns erstmal Dias Chessplate. Würde ich sagen. Oder sollen wir schon machen? Ich bin mir nicht sicher. Schreibt mal in die Kommentare, was wir mit dem 14 Dias anfangen sollen. Ähm. Die lege ich schon mal hier in die Küste. Dann könnt ihr mal sagen. Dann kann man was machen. Ja. Eins sehr geil. Was machen wir mit dem? Das ist die beste Frage. Warte mal. 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 Fehlt uns irgendetwas? Hm. Fehlt uns irgendetwas? Mal gucken. Warte mal gucken. Nope. Naja. Tintin. Hm. 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 Ne. 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 Ich bin mir irgendwie nicht sicher, was ich mit dem auch... Auch... Gett... Richtig gut täuschen hier. Ich bin mir nicht sicher. Auch... Wahrscheinlich. Kühlverdeck. Man. Ich finde nicht okay. Ich würde sagen... Ähm. Hm. Hm. Hmm. Mhm. Sag nicht Bieten... Ähm.. Für Bier, L ل mañana. Bin mir 6 L Dolls einfach nicht weit von uns entfernt. Deswegen nichts Bieten. Deswegen noch nichts Eisen. Ja halt... I checked schon was ich meine. Ich wohl... Ich will unbedingt mal in so eine Schlucht rein. Wär ganz interessant. wer macht sich schon schleim blöcke manchmal braucht man sie halt krank dann egal ich glaube viel viel zu viel wir jetzt mal zum geschäftlichen hier kommen das heißt lege ich mal hier und da anscheinend reicht uns platz nicht wer braucht ich nicht leben braucht man immer wieder ja okay nicht immer wieder und manchmal wenn richtig wenig gold das ist sehr doof ein leder naja was kann man sich aus leder machen nichts freut mich wow 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 jetzt mal ohne scheiß wow wenn man mit zwei wasser einmal das geht überhaupt mit meinem leben auch nicht was wir machen jetzt einfach nether wir machen jetzt einfach nether gut deutsch ich kann gut deutsch aber davor fahren wir unsere kartoschkis ab wie kartoschkis und schreibt doch mal unbedingt in die kommentare ob ihr vielleicht hintergrundmusik haben wollt wenn ja was für eine musik also ja so action bereich so chillig schreibt es einfach mal unten in die kommentare wäre sehr nett und sehr dankbar und sehr hilfreich denn dann werden wir die videos besser und ihr findet sie besser und was klappe ich überhaupt was mach ich was mach ich also was geht jetzt mit meinem leben schief was geht da ab einfach mal alles abfarmen 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 sie jetzt wieder einpflanzen ich weiß habe ich eins ausgelassen weil ich zu dumm bin sag mal so und ja wächst er nach ich will nicht dass du den lassen wir jetzt einfach dort ist ein schwein egal den werden wir bald mal umbenennen zu hausschwein glaube ich mal ich glaube es wird dann unser hausschwein wie wir ihn nennen weiß ich glaube sein name wird hausschwein ja wirklich einfach so hausschwein naja ich glaube ja ich glaube ich laber hier schon viel zu viel wir haben ja kein boss und so kein boss und so was haben wir denn hier noch mal ein bisschen eisen man kann nie genug haben oh Leute ähm ich habe nicht gesagt dass wir wenig gold haben das habe ich nie gesagt merkt euch dies nicht das habe ich wirklich nie gesagt ne... 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 hä... woher wisst ihr das überhaupt hä... warum... gebildet euch solchen... krimskrank sein also bitte tja ja warum sollte ich schon so wenig gold haben also äh... also äh... ne... wir haben hier letzt... äh... ja ich glaube viel zu viel wir sollten mal sofort alles rein tun was wir nicht brauchen ja okay außer die beiden ich glaube schon viel zu viel und legt das hier rein und dann bleibt die blog wir haben wenig essen drei stück mehr alles klar egal acht minuten okay und sorry falls es ein bisschen zu hell ist für euch im bildschirm aber tut mir leid da sind wir bereit ja sind wir ok na das cool merkt euch dies nether ist nicht cool nicht cool nicht cool also es geht da ab da kommen wir einmal ins nether was passiert gas jawohl jawohl wir brauchen die gasträne verreckt ja nein da was war das wer will mich hier ficken wer habe ich gerade eben abgeschossen sagt nicht da ist noch ein gast ich habe keine nein wollen die mich jetzt alle wirklich ficken nicht spaß ich werde ich bin hier weg ich bin hier weg das geht nicht viel zu weit diese dumme gas leute was habe ich gesagt nether wird kacke was ich euch nicht gesagt habe leute ich hab's doch gesagt nether wird kacke das wo wir das oben noch nicht ganz schön das ist jetzt wie ganz schön ich habe mich doch noch mal hier ist noch labe das ist schon gefährlich jetzt kommen wir von dort ja genau jetzt brenne ich auch noch wahrscheinlich jetzt macht er noch alles kaputt der kleine spaß sorry falls ach du kacke schießt nicht schießt nicht schießt nicht schießt nicht ich bin weg bestärmen wird man bestärmen alter ich habe keinen bock mehr wir müssen schnell regen reg 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 komm schon das liegt noch damit uns nicht trifft oder so machen wir mal schnell lagerfeuer okay durchlegen los weg doch schneller man sofort in den niederportal ich bin weg okay okay ganz cool okay es ist eigentlich ganz nützlich ich hab's eigentlich auch gar nicht aber cool bist du mit mir komm doch raus so klappt es ist es kommt keine neuen bitte ja nice gold coin dies freu ich mich immer hey cool hey hey wie geht's dir was geht mit da ja ja stirb ich bin zu dick ich komme hier nicht rein seht ihr mich ich komme hier nicht rein ich zittere weil mir so kalt ist und ich so fett bin jetzt ohne scheiß wieso warum packt es jetzt dein ernst ich bin nicht mehr darüber reden wir haben richtig viele dias aber eine kaputte haustür okay lol da ist kein feuer aber der brennt dein ernst boah wir sind so arm an kohle wir haben doch richtig viel kohle Egal Leute, einsortieren mache ich alles selber und ich hoffe, dass ihr euch gefallen habt, dass ihr einen Daumen hoch habt, ein Abo wäre auch nice, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder mal ist, Minecraft and the Sky. Ciao Leute!